das dritte mal ist schon wieder 72 wie kann es sein, dass ich so konsistent bin, aber gleichzeitig auch so Müll, irgendwie gleichzeitig gerade und der nächste Attempt ist wieder direkt im Drop, wow, GG spaßig Okay, das war ein Quick Recovery. Ich habe ein New Best gemacht, direkt in den Attempt danach. Explain.